Hallöchen ihr Lieben zu einem ganz kurzen Infovideo. Ich möchte euch gerne wieder zu einem Stream einladen und zwar findet der schon heute Abend statt. Das ist dann der 3. April ab ca. 19 Uhr auf Twitch, wie immer. Unten ist ja alles verlinkt in der Beschreibung. Diesmal spielen wir ein Spiel, das mir von mehreren Zuschauern gestern im spontanen Isaac-Stream vorgeschlagen wurde, nämlich Lost in Vivo. So, ich hatte dann mich auf YouTube ein bisschen umgesehen und scheinbar fanden es einfach alle, die es gespielt haben, mega geil. Und dementsprechend habe ich mir das jetzt geholt und wir spielen das einfach mal. Es soll, wenn ich so die Komplettvideos hier auf YouTube sehe, drei Stunden gehen. Mein Plan wäre halt so, dass wir anderthalb Stunden spielen und dann gucke ich oder jemand von euch in so eines dieser drei Stunden Gameplay-Videos und sagt dann, ob wir wirklich in der Mitte sind, weil dann könnten wir vielleicht heute Abend das komplette Spiel durchspielen. Wenn dem aber nicht so ist und wir irgendwie erst eine Dreiviertelstunde geschafft haben von dem, was andere da halt in, also schneller geschafft haben, dann würde ich sagen, dass wir das auf zwei Streams aufteilen. Aber wir könnten ja mal ins Auge fassen, es in einem Rutsch durchzuspielen und dass wir das heute Abend schaffen. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass dieses Spiel so, ja, beliebt ist und scheinbar so gut ist. Zumindest hört es sich überall so an. Und ja, weil die Frage ganz oft kommt, ja, das wird dann auch hochgeladen auf YouTube. Und ja, ich glaube, das war alles, was ich sagen wollte. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ach so, zu Una Noche Sin Nombre kann ich ja mal noch sagen, dass eure Tipps da sehr geholfen haben. Also zumindest ein Ende sollten wir dadurch noch bekommen können. Das werde ich jetzt halt demnächst nebenher versuchen noch zu holen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, vielleicht brauche ich halt ein, zwei, drei Tage. Versuche aber generell noch weitere Enden zu kriegen. Aber ich weiß halt nicht, wie aufwendig das ist. Ich schaue mir das mal an. Ja, na gut, meine Lieben, dann vielleicht sehen wir uns ja heute Abend. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen zu einem schönen Horror-Game. Dann bis heute Abend. Ciao, ciao.